Zärtlichkeit und Körperkontakt. Mal wieder ein Audio über diese große Thematik. Zärtlichkeit und Körperkontakt ist und führt nicht unbedingt zu Sex. Sex ist eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten. Damit wollen wir uns etwas beschäftigen. Zärtlich zu sein ist eine menschliche Grundlage. Ich betone eine menschliche Grundlage. Etwas Grundsätzliches, vielleicht das Fundament schlechthin. Durch Zärtlichkeit lässt sich alles bewegen. Durch Zärtlichkeit bahnen wir Kommunikation an. Und durch Zärtlichkeit bahnen wir Kooperation an. Möglichkeiten, Perspektiven im Miteinander, im menschlichen Miteinander. Zärtlichkeit ist die tiefste Berührung und damit die beste Kommunikation und Kooperationsgrundlage tatsächlich. Sie ist direkt und behutsam. Und damit einfacher auch. Wie das Halten eines kleinen Wesens. Stell dir ein kleines Wesen vor, da erinnere ich dich daran, dass du mein kleines Wesen gehalten hast. Es muss ja nicht ein Säugling sein, es kann ein kleines Tier sein, eine kleine Katze sein, ein kleiner Käfer sein. Eine Fliege, die du einfach hältst und nicht totschlägst oder so. Also ich habe mir schon lange nicht mehr zur Angewohnheit gemacht, irgendwelche Viecher totzuschlagen. Sondern dieses kleine Wesen, das du da hältst und das du halten darfst, das macht dich zärtlich. Zärtlichkeit ist das Entzückende an sich. Das Entzückende an sich. Es entzückt uns, ein toller Ausdruck, entzückt, wie entflammt. Es entzündet etwas, es entzückt dich. Dadurch ist Zärtlichkeit verbindend. Und sie durchbricht unsere ewigen Denkmuster, die wir haben und die wir auch haben müssen, aber die eben auch durchaus problematisch oder einseitig werden können. Zärtlichkeit hat viele Optionen. Nur eine davon ist Sexualität. Sexualität ist sehr wichtig und auch sehr grundlegend, aber nur eine Option der Zärtlichkeit ist die Sexualität. Zärtlichkeit ist oft sehr verpönt, weil welcher Mann ist schon in seiner Stärke zärtlich und macht er etwas Zärtliches. Das ist ein Frauenthema, das geht mich nichts an. Ich bin ein Kerl und als Kerl will ich verstanden werden und so weiter. Und in Wirklichkeit schreit er nach Zärtlichkeit. Und deswegen oft so verpönt, weil sie im tiefsten die Angst ist oder mit der Angst verbunden ist, nicht geliebt werden zu können, so wie man ist, sondern abgelehnt zu werden und deswegen eben dieses Harte draufzusetzen. Oder ich muss noch besser sein oder ich muss das schaffen und ich muss diese Gratifikation haben und all diese Geschichten, die ja unsere Kultur sehr stark prägen, diese narzisstische Kultur, in der wir alle miteinander leben. Deswegen verpönt. Und hat man Angst, sich die Blöße der Zärtlichkeit zu geben und die Blöße der Zärtlichkeit zu empfinden, weil ich könnte ja sehr, sehr verletzt werden. Oder die andere Seite, jemanden direkt ins Bett kriegen. Davor haben eben dann viele Menschen auch Angst oder Frauen Angst, wenn sie dann Männer berühren. Das ist oft der Fall oder auch umgekehrt, weil man direkt den Weg zur Sexualität geht. Und direkt ins Bett kriegen und erobern heißt. Ich habe noch jemand erobert und noch jemand und all das. Also diese Angst davor, plötzlich verbindlich sein zu müssen, weil eine gewisse Verbindlichkeit für Sexualität besteht ja dann schon. Aber Zärtlichkeit verlangt überhaupt keine Verbindlichkeit. Sondern Zärtlichkeit und Sanftheit sind unverbindlich. Wie gesagt, als Basis, als Einladung, als Grundmuster unseres Verhaltens. Zärtlichkeit ist eigentlich selbstverständlich und einfach und doch mit so viel Hürden behaftet und mit so viel Wenns und Abers. Und das ist genau das, wenn das Denken immer wieder dazwischen kommt und uns dazwischen funkt und wir dann einfach nicht zärtlich sind. Sie denkt nicht. Sie hat keine Strategie. Sie ist absichtslos. Sie ist vorurteilslos. Sie ist ein rudimentäres Mitgefühl und einfaches Zusammensein. Nichts weiter. Zärtlich ist jeder. Und Zärtlichkeit muss nicht gelernt werden. Natürlich kann ich sie auch konditionieren. Das Konditionieren und das Lernen ist ja immer eine Möglichkeit, eine Option. Also insofern ist es schon mal ganz gut, in Gruppen zu gehen, wo Zärtlichkeit vielleicht geprobt und erprobt wird. Das ist schon sehr wichtig auch. Aber an sich muss sie nicht gelernt werden, sondern sie funktioniert automatisch wie ein Reflex, wie die Befriedigung von grundlegenden Bedürfnissen schlechthin. Sie ist die Grundlage unseres Menschseins. Egal in welcher Kultur und unter welchen Umständen. Zärtlich ist sanft. Und beides ist nicht süßlich und seicht oder aufgesetzt. Zärtlichkeit und Sanftheit buhlen nicht um Aufmerksamkeit. Sie sind tatsächlich selbstverständlich. Also, fasse an und frage nicht lange, ob du darfst oder nicht. Je mehr du verkopfst, je mehr du dich fragst, wenn und aber geht das, geht das nicht, desto unwirksamer. Die Unbefangene, das Unbefangene Anfassen, und zwar das angemessene Anfassen, ist einfach so an sich wirksam, weil es eine schöne Geste ist. Einfach eine Geste. Tu es einfach. Unbefangen, unschuldig. Du bist nicht schuldig. Du musst dich nicht schuldig fühlen dafür. Tu es unbefangen und unschuldig. Fasse zum Beispiel die Unterarme an, die Schultern, vielleicht im extremeren Fall die Hände und natürlich nicht die Brüste oder den Hals oder so hier hinten am Nacken oder sowas. Du kannst auch an den Kopf anfassen. Auch das ist eine gute Sache, die wir zum Beispiel kennen aus dem Segnen oder einfach so die Hand auf den Kopf zu legen. Berühre den Rücken. Lächle. Schenke ein Lächeln. Schenke dir und dem anderen Menschen ein Lächeln. Wenn du lächelst, dann ist es für dich genauso wie für den anderen. In jeder Begegnung möchte es immer wieder entstehen, das Lächeln. Lass es nicht einfrieren. Und das Lächeln ist eigentlich ein sehr starker Reflex. Überleg mal, wenn du das nächste Mal jemandem auf der Straße begegnest, da ist so ein Impuls irgendwo. Und der heißt, wenn du ihn direkt anschaust, wenn du sie direkt anschaust, dann möchtest du eigentlich lächeln. Das ist das erste beim Gruß oder beim Grußritual und überhaupt in der Begegnung. Das ist etwas sehr Wichtiges. Dieses Lächeln. Wenn sich alle Menschen stets lächelnd begegnen würden, mein Gott, was für eine große Kultur hätten wir. Und wie eingefroren sind wir tagtäglich, wenn wir das so beobachten stattdessen. Unterstreiche das, was du sagst mit Berührung im Dialog. Ab und zu. Nicht permanent und nicht aufdringend und nicht schwierig und nicht ölig und all die Möglichkeiten. Sondern unterstreiche es einfach. Es ist eine Nuance. Es ist ein Punkt, den du setzt. Ein Ausrufezeichen. Das da. Ab und zu. Mit dieser Berührung. Dränge dich, wie gesagt, nicht auf. Schenke Umarmungen. Spontan und nicht in der eigenen Bedürftigkeit. Wenn du natürlich selber bedürftig bist und dich bedürftig fühlst und dann eine Umarmung schenkst, ja, dann überträgt sich das ganz schnell auf die andere Person. Das ist nicht das, was ich meine. Spontan und nicht in der eigenen Bedürftigkeit. Sondern dann, wenn du spürst, jetzt willst du einfach so. Diese Umarmung mal ganz kurz. Auch nicht intensiv und nicht gar so in dem Atem zu. So, was mache ich jetzt, wenn ich dann die Umarmung habe? Und es geht immer weiter und weiter. Was spüre ich denn da hinten? Ah, das geht ja so, so. Das nicht. Sondern es ist eine spontane, plötzliche Umarmung. Nicht nur bei der Begrüßung oder beim Abschied, sondern einfach auch so zwischendurch. Zärtlich und sanft sind aber auch Worte. Und als Menschen sind wir vor allen Dingen auch Wortwesen. Nach harscher Kritik zum Beispiel kommt das nahe, sanfte, berührende in der Sprache. Zärtlichkeit ist die Tiefe der Begegnung. Die Grundsubstanz, um es nochmal zu sagen. Eine Grundlage, um offener und bereiter zu was auch immer zu werden. Es gibt viele Optionen und Möglichkeiten. Wie gesagt, die Sexualität ist eine bestimmte, aber eben auch nur eine bestimmte. Aber diese Zärtlichkeit und dieser zärtliche Körperkontakt ist eine ganz wesentliche Grundlage, die eigentlich immer einfacherweise zur Verfügung steht und die wir nutzen können.